guten tag herzlich willkommen neue folge human fall flat alle wieder mit dabei pixel füchsen die susi und der andré und matz und ich hängen hier so ein bisschen ab gerade versucht die macht einzusetzen der hängt ja auch ziemlich nutzlos heute dran wir drehen uns wieder zurück perfekt perfekt ihr macht das super tschüss ich habe aber das war so klar was zum geier müssen ich weiß auch nicht ich werde hier fallen warte mal ich erkunde dass man irgendwie rüberholen ich kann das tatsächlich steuern also sag mal wohin also warte mal warte mal ich guck mal ob ich selbst ist die frau ja selbst ist der fuchs da war hier schon checkpoint gerade ich weiß es nicht nein okay ich hoffe nicht so weit ja ihr könnt euch einfach fallen lassen was echt ja ich habe hier ein checkpoint ich war jetzt gerade ich frage jetzt gerade rüber raii 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 so ich habe ich heiße ich habe was denn ich habe eine riesige kugel irgendwie freigesetzt oder habt ihr die gesehen eine kugel ach nee da kommt die nächste genau genau ok fufi lasst dich fallen du musst zu uns kommen was will uns diese kugel jetzt sagen wahrscheinlich müssen wir auf der kugel reiten tolle dass das thumbnail habe ich doch schon benutzt ich habe ich gerade dran gedacht hoch das hat doch garantiert was hier mit den dingern zu tun hier diesen hoch und auch dieser Ah, danke für diese präzise Ortsangabe. Hier. Hallo. Hi. Und wir müssen das bestimmt da irgendwo in die Ritzen stecken. Ja, da drunter schieben, genau. Ab in die Ritze. Dann kommen wir auch an den Würfel ran. Müssen wir das einfach umschmeißen, egal in welche Richtung, oder gibt's da irgendwie... Ich muss geradeaus durchschieben, damit du da auf den anderen Dings kommst, so als Brücke. Mapfe. Ach so, da ist ein Loch. Entschuldigung. Okay, da ist ein Loch, verstehe. Jetzt auch ein Würfel. Ein Würfel. Den Matze mit seiner kleinen Unterhose. Ja, schieb. Stopp, stopp, stopp. Nicht zu weit. Nicht zu weit. Warte. So, jetzt festhalten, ne? Nicht, dass das Brett hier runterfällt mit mir. Oh ja, ja, ja. Boah, da ist was im Weg. Ist ne Wand. Oh, schade. Was? Nix. Was hast du schon wieder angestellt? Nix. Sag doch mal. Müssen wir das Brett jetzt vielleicht hier rüberschieben, sonst kommt der mit dem Würfel da nicht rüber. Äh, wahrscheinlich. Ja. Nia. Warte mal, ich nehm das mal an auf der anderen Seite. Dann könnt ihr das einfach rüberschieben und ich kann das hoffentlich rüberschieben. Aber jetzt ist doch der... Matze, was machst du da? Du bist total sinnlos. Nein. Du tust keinen guten Dienst gerade. Ich kann auch helfen. Ja, ja. Könnt ihr den Matze einfach rüberschieben, dann... Wer hat eigentlich überlegt, dass wir so einen Behinderten in unserem Team sind? Guck dir den doch mal an, ey. Ja, ich schäme mich für den Vorschlag. Es tut mir furchtbar leid. So, hier. Guck mal hier. Ja, das ist ja auf Drett. Weil ihr die Krone der Evolution seid, oder was? Ja. Im Gegensatz zu dir auf jeden Fall. Ich trage wenigstens einen Anzug. Ja, wunderbar. Anzug mit TH. Genau. So. War das jetzt richtig, dass ich da hingefallen bin, oder was? Harry Potter? War das jetzt dieser Würfelgut? Das ist eine gute Frage, das weiß ich auch noch nicht. Aber wir brauchen ihn bestimmt. Warte mal, warte mal, warte mal. Wir können die Google auffangen bestimmt mal. Wollte ich gerade sagen. Müssen wir vielleicht einfach das Brett auch benutzen, um die Kugel ein bisschen darunter rollen zu lassen? Was willst du dann mit der Kugel? Au, 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 au. Wo? Er ist auf den Würfel gefallen. Au, au, au. Hm? Ja, super. Ihr habt ihn toll da hingestellt. Ja, das ist der Darwinismus. Aber dafür müssen wir diese Balken doch erstmal hochkriegen. Ne, pass mal auf, pass mal auf. Also, was ich meinte jetzt war, wenn wir hier jetzt das Brett vielleicht irgendwie platzieren könnten, um die Kugel aufzufangen, dann rollt sie vielleicht da runter. Also, anstatt hier in das Loch zu fallen, was wahrscheinlich total sinnlos ist. Genau, deswegen verlaufen hier rechts und links auch so Bahnen. Und das geht dann so zu so einem kugelförmigen da und so. Genau, genau, genau. Die Susi hat verstanden, was ich meine. Ey, Blom und so. Ja, ich schaff das. Oh geil. Schwachstunden arbeiten, hat die Hirn funktioniert. Ich helfe dir. Guck mal. Ich helfe. Oh, jetzt, warte. Wieso machen wir das nicht einfach so? Oh. Oh. Ähm, Leute. Susi macht da irgendwas. Ich glaube, wir brauchen das Brett nicht. Ah, ach so. Ah, nice. Okay. Einfach nur den Balken nach unten. Das sollte sie auch aufhalten. Aber den anderen halt. Warte mal. Au. Ich bin nicht der Balken. Ach shit, ich sollte nicht rückwärts springen. So, ne? Oder so ein Pixel. Oh, aber nicht runterfallen. Ja, genau so. Kugel, roll. Guck mal. Roll, roll, roll your boat. Ja. Muss da nicht irgendwer auf die Kugel drauf? Auf der Kugel? Ja, sag ich ja. Ich vermute, man muss auf der Kugel reiten. Aber vielleicht. Oh, verdammt. Ach, da kommen ja immer neue, ne? Ach, da kommen ja immer neue, ne? Shit. Ach, warte mal. Können wir die Kisten nicht dafür benutzen, um die Balken da... Unten zu halten? Ja, genau. Ja, da müssen wir einer ziehen und einer muss die Kiste druckstellen. Ja, warte mal. Dann kann der nicht drauf, drunter schieben. Oder dr... Ach so, ja, stimmt hinten. Oder? Ne, ne, warte. Hä? Ne, dann kommt der nicht hoch rum. Dann kommt der nicht hoch rum. Äh, ne. Warte mal. Äh! Bonk. Jetzt rollt sie verkehrt rum. Fahrkehrt. Obwohl, das reicht, wenn die nur so ein bisschen oben sind. Dann fällt die Kugel automatisch drauf und knallt die dann so ein Stück runter. Das reicht. Ja, richtig. Genau. So, das ist die richtige Richtung. Aha. Nein! Das ist... Das ist nicht einfach. Ne, das ist... Sicher, dass wir auf die Kugel müssen? Ich glaube... Ich halte das für sehr... Ich bin... Ich stelle hier... Kannst loslassen, Susi. Okay. Wohl, wenn du auch. Ja. Ja, das sieht gut aus. Einfach da rum, wa? Weil wir müssen ja alle hier irgendwie weg... Oh, ey. So. Und wahrscheinlich, genau, müssen wir von hier dann abprägen. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Einfach festhalten? Tschüss, ihr beiden. Aua. Sag Bescheid, was da ist. Schick eine Karte. Matze hält sie jetzt auf. Ja, Matze. Du machst das super. Du gehst bestimmt ins nächste Level damit, oder? Ja. Oh, Matze. Tschüss, Matze. Bye, Matze. Ja. Wunderbar. Ja, hängt da. Sehr gut. Krass, ey. Wir kommen auch. Wir kommen auch. Wir kommen auch. Klar. Das war dann ein Glückstreffer jetzt. Leben am Limit, hey. Oh, fuck. Oh, oh. Wieso hält der sich nicht fest? Nein. Halt, halt, halt. Er schafft das nicht. Aua, 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 aua. Wer hat jetzt die Evolutionsbremse, hä? Erstmal ein bisschen in der Lava tunken, ey. Voll gut. Erstmal 30 Knochenbrüche. Alle weiten sie auf der Kugel. Nur Wolven, der bleibt hier. Ist hinten alleine. Ganz alleine. Scheiße, scheiße. Ja, ich hab's auch verpasst. Er wird immer alleine gelassen. Wie soll man denn da hinkommen? Wie soll man denn da hinkommen? Sie lassen ihn immer alleine. Immer wird er im Stich gelassen, der einsame Wolf. Mimimi. Vielleicht so, weil er von sich selber in der dritten Person spielt? Ja. Der Bruder vom Bändler. Von wer? Was? Ich weite es jetzt nicht aus. Und was ist, wenn wir einfach... Ja, genau, da unten... So schnell kann man gar nicht laufen. Au. Ich probier das mal anders. Go Fufi, go Fufi. Fuck. Ich glaube, die Chancen sind höher, wenn wir einzeln jede eine Kugel nehmen, oder? Au. Entschuldigung. Auch rumlaufen und so. Willst du dich anstellen? Ja. Gibt es denn was denn sonst? Ich rutsche hier mal runter. Oh, Mann. Danke. Danke. Hör mal auf da. Deine Kugel, deine Kugel. Ich hab keine Ahnung. Nein. Warte mal. Wie war das mit 1? Ich will da hin. Oh. 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 Guck mal. Er saved. Er saved. Ich bin richtig. Echt bei mir nicht? Ja. Ihr könnt euch wahrscheinlich jetzt fallen lassen. Yay, Pixel. Ich mag auch dahin, wo du bist. Dann lass dich fallen in die Lava. Aber ich will eine Kugel. Also. Ich will eine Kugel. Ich will mich rumkugeln. Komm schon. Mats ist auch schon voll ungeduldig. Mapfer. Den späten Elvis. Mapfer. Warte mal. Das geht irgendwie. Mapfer. Oh je. Wie soll man denn da hinkommen? Aua. Sorry. Das hat ein bisschen weh getan, mein Freund. Ja, ich bin dir mal auf deinen Körper drauf gefallen. Du bist ganz schön grob. Ich riskiere es und ich schaffe es nicht. Warte mal. Ich will das hier aber... Wo wolltest du denn hin damit? Ich wollte die Dings da oben runter holen. Die Würfel. Ich weiß nicht, ob wir die brauchen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich glaube, die müssen hier in die Aussparungen rein. Sparen? Aber auch. Ich weiß zwar nicht, was das bringen soll, aber es sieht so aus, als müssten die da rein. Vielleicht bewegt es einen Mechanismus. Ja, das könnte sein. Mein Arsch. Das sind so Dinge. Ich will da ganz hoch. Kollege, komm hier. Ah. Oh. Oh Mann. Nein, geht nicht. Macht das überhaupt Sinn? Nee, ne? Okay. Ich lass mich runterfallen. Komm. Vorhin ging das so gut. Die dunkle Seite der Macht. Guten Tag. Ich bin schon da. Ich bin schon da. Matze, das funktioniert nicht. Warum nicht? Weil das so nicht soll, glaube ich. Und deswegen funktioniert das nicht? Ja. Müssen wir vielleicht mal auf die andere Insel da? Also hier... Wir müssen die Steine da in das Ding stecken. Was? Die Steine in das Ding? Stecken in das Stecken. Stecken, ja. Ich habe hier Probleme. Ach. Ja, was... Dann erkläre mir, was du vorhast. Ich möchte den Stock da oben hin, damit ich die Steine da runter schieben kann. You know? Du willst die Steine da runter schieben? Ja, aber wir brauchen die. Ja, aber kannst... Warte mal. Kannst du die... Ich will doch nur die Spitze da oben, dann können wir den... Kannst du die benutzen, um die Steine hier auseinanderzuschieben? Damit der eine schon mal runterfällt? Weißt du, wie ich meine? Ja, ich habe auch schon probiert zu ziehen und so. Das kann auch sein. So Hebelwirkungstechnisch. Das könnte auch sein. Warte kurz. Oh, der Rinder. Ja, guck. Oh, super Matze. Danke. Das ist hilfreich, Matze. Der Neandertaler wieder hier. Ach Gott. Oh, ihr Trottel. Das ist ein Lasspixel. Da klettert man hoch und holt den anderen. Ja, lass uns doch das mit der Hebelwirkung probieren. Wir wollten doch die Hebelwirkung probieren. Immer die so der anderen Tag. Die Hebelwirkung ist wissenschaftlich überhaupt nicht erwiesen. Ich weiß schon, wie ich die Folge nenne. Mann, das war ein Stunt. Wisst ihr, das hätte nämlich auch funktioniert. Das ist ja auch andere Art. Es wurden alle ihre Stunts selbst. Ja. Es wurden keine Tiere verletzt. Total super rein. So sowieso nicht. Ihr habt auch früher nie mit Bauklötzen gespielt, oder? Echt? Aua, ihr habt mir das Genick gebrochen. Genau. Matze macht es richtig. Bau mal eine Treppe damit. Das passt auch nicht. Da war das Augenmaß ein bisschen... Wir stellen den mal andersrum hin. Wir stellen den hier vor und dann können wir auf den großen Klotz klettern. Und was willst du da? Da oben ist doch nichts. Wir müssen wahrscheinlich auf die Insel. Und von da aus können wir auf die Insel springen. So als Vermutung. Auf diese da? Ja. So. Ja, so war das. Obwohl... Was denn? Ich dachte das anders. Nimm den großen... Warte Matze, geh doch mal hin. Hallo, könnt ihr mir mal kurz bitte für einen Moment zuhören? Nein. Den großen Klotz nehmen. Senkrecht hinstellen. Es hat doch... Hi. Sag wie du erklärst und die pikseln ist schon drüben. Hä, wie hast du das gemacht? Hi. Herr Professor. So, Herr Professor. Ja, dann komm doch selber mal da hoch. Das schaffst du doch nicht. Es kommt doch... Ja, würdest du mir die Steine unterm Arsch nicht machen? Das ist einfach zu blöd. Das ist... Nein. Das ist einfach nicht stabil. Hi. Ich glaube, es hat auch gespeichert. Ihr könnt euch, glaube ich, auch einfach fallen lassen. Ich probier's mal. Mir ist das hier zu salty. Ja, ist ja salty. Ja, funktioniert. Lasst euch fallen. Ja, ihr fallt alle schön auf die Wippe. Super. Nein, Glück. Susi, stell dich mal hier auf die Wippe. Nein, ich will nicht. Auf die Wippe? Da, auf die Seite. Ach so, dann muss aber... Warte mal. Warte, Matze, da stehst du falsch. Mein Arm hat schon wieder schwierige... Komm mal weg. Du... Warte, dann geh ich drauf. Fufi, hier. Warum? Was ist bei dir denn besser? Jetzt muss einer von... Warte, Matze, du bist so doof. Komm jetzt auf meine Seite. Dann muss Susi da vorne hin. Mach ich die ganze Zeit. Komm hierher. Matze, komm hierher. Mit dem Würfel oder was? Ja, ich denke mal, der muss mit. Also zwei müssen hier auf die Seite und du musst dann auf die andere Seite. Wir müssen jetzt mal kurz... Wir lassen dich jetzt kurz drauf. Matze, bleib da. Matze, komm mit in die Mitte. Mit in die Mitte. Damit wir runtergehen. Matze, 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 komm. So, jetzt muss Susi aufsteigen. Dann klauen wir hier hin. Und dann... Oh, komm. Warte. Ja, ja, ja. Oh, ich komm nicht. Warte, soll ich... So, jetzt. Bist du drauf, ja? Safe. Ja, ich rutsche aber ein Stück. Ja, komm Matze, geh. Nach hinten. Ich glaub ich bin schwerer als ihr. So siehst du dick mit dem Stein. Warte mal, ich geh ein Stück in die Mitte. Warte mal, ich... Ne... Was habt ihr vor? Ich komm zu euch, dann geht's vielleicht besser. Ihr müsst mich erst riefen. So. Wow. Oh Susi, Vorsicht. So, warte. Ich muss... Warum hältst du mich schon wieder fest? Ich wollte den Fußboden festhalten. Ja, ich bin aber kein Fußboden. Wohl, wenn das funktioniert nicht. Das geht nicht. Bleibt immer da oben stehen, ich komm von der anderen Seite. Lass mich los. So, das Brett müssten wir wahrscheinlich... Das ist natürlich auch eine super Position. So, ich bring den Würfel jetzt so da rüber, ja? Ja. Ja, probier das mal. Übrigens ist die Folge auch zu Ende. Okay. Schon wieder? Ciao. Mit Au. Ciao. Ciao. Tschüss.